Hallo Leute, ich komm zur Folge LS19 auf der Hof Bergmann, so der Fiat ist hier am einsehen und ich denke hier kann ich mit hier war ja der vorherigen Ernte noch in der einen Stelle lassen sie komischerweise immer einen Streifen aus wir helfen, da muss ich mir mal gucken, ich weiß nicht woran es liegt dann kann man auch nachhause fahren aber mit dem muss man einfach ein bisschen ganz gehen mit dem Sound hier da oops Ich muss hier stehen bleiben. Wir können hier weiter einsammeln. So. Man wird's ja. Es kann ja ein bisschen laut werden. Ich hab ja meine Klimaanlage an. Ich weiß. Nervt. Ach, es geht nicht anders. So. So. Oops. Aber. So. Aber. Untertitelung des ZDF, 2020 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 fünf Minuten hat das vermittiert. Gut, wie er meint, ne? Kann man noch mal fuhren. Wart mal kurz was gucken, ne? Warte, da ich ja nicht durcheinander komme. Wievielte Folge ist es? Das ist jetzt die... Fünfte Folge. Ich muss halt auch immer, ähm, screenshots dazu machen. Das ist doof. Wenn ich am Ende keine screenshots habe. Ähm... Gut. Passt alles. Ähm... So. Muss mir nebenbei auch erstmal die, ähm, Titel auf meinen Notizblock aufschreiben, dass ich die auch nicht vergesse. Äh, ähm... Äh... Sekunde, 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 Sekunde. Mhm. Das war ganz kurz. Ähm... Okay. Oh, geht's halt. So, immer eine ganze Reihe, das ist ja cool. Ja, hier müssen wir halt gerade mal die ganzen Titel und alles aufschreiben, bis sie gleich ja nicht durcheinander kommen. Irgendwann einfach nur so in der Aufnahme AR-Komm, machst du nach der Aufnahme, aber irgendwie, also nach der Folge AR-Komm, machst du nach der Folge, aber ich vergesse es immer. Fängt immer gleich wieder in der nächste Folge an. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 und die ZDF, 2020 und die ZDF, 2020 und die ZDF, 2020 Der Fenster sieht halt schon cooler aus, ne? Aber aber nix sagen, der sieht cooler aus. Hmm. Gucken, wenn Geld da ist, kann man sich mal überlegen, ne? So Leute, das war's dann aber von der Folge, wenn euch die Folge gefallen hat, würd ihr gerne ein Like oder ein Abonnenten, dann würde ich das sagen, bis zum nächsten Mal.